Musik Dinian, gratuliere. Du bist auch weiter. Danke dir, vielmals. Wie bist du zu dir vorbereitet für die Wahl? Ich denke, sicher viel schlafen, mich gesund ernähren und auf meine Figur schauen. Jetzt bekommst du so eine Setkarte. Ist das deine erste Setkarte? Nein, ich habe schon von früher eine. Aber das sind ein bisschen alte Bilder. Ich bin umso froh, wenn ich dann noch bessere und neue Bilder habe. Das kannst du gut nutzen. Auf jeden Fall eine gute Idee. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich. Wir freuen uns auch für dich. Ganz wirklich. Danke vielmals. Wir sehen uns. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017